Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Leon Goretzka hat derzeit nur geringe Chancen bei Bayern München zu spielen und wird weiterhin als Verkaufskandidat angesehen. In den Sommermonaten kam es zu keinem Transfer, aber jetzt scheint ein Weltklasse-Klub Interesse an dem 29-jährigen Spieler zu haben. Der Mittelfeldspieler durchlebt schwierige Zeiten bei Bayern München und es scheint unwahrscheinlich, dass er viel Spielzeit erhält. Goretzka gehört zu den bestbezahlten Spielern in München, daher hätten Sportdirektor Max Eberl und die Verantwortlichen um ihn herum sicherlich Freude daran gehabt, ihn im Sommertransferfenster gehen zu lassen. Doch es fand sich kein Käufer für den 29-Jährigen. Derzeit zeigt ein Spitzenklub Interesse an Goretzka, dessen Vertrag in München im Sommer 2025 endet. Laut Informationen von Spanish Sport sind die Katalanen sich bewusst, dass Bayern unter Verkaufsdruck geraten könnte, wenn Goretzkas Vertrag nicht im kommenden Sommer verlängert wird. Andernfalls könnte Goretzka 2026 ablösefrei wechseln. Barca-Trainer Hansi Flick gilt als Bewunderer von Goretzka und hat während seiner Zeit als Bayern-Trainer und Nationaltrainer mit ihm zusammengearbeitet. Berichten zufolge bereitet sich Barcelona darauf vor, Goretzka zu verpflichten, um sich auf den möglichen Abgang von Frenkie de Jong vorzubereiten. Der niederländische Spieler gehört zu den bestbezahlten Spielern der Katalanen und hat wie Goretzka einen Vertrag bis 2026. Was denken Sie darüber, sollte Goretzka Ihrer Meinung nach zu Barcelona verkauft werden? Leroy Sané hat einen Vertrag mit dem FC Bayern bis zum kommenden Sommer. Obwohl der Münchner Klub derzeit versucht, den Vertrag des Flügelspielers zu verlängern, scheint es, dass zwei Premier League-Rivalen Druck für einen Transfer ausüben. Laut dem englischen Portal GiveMeSport ziehen die beiden besten Klubs der Premier League bereits in Erwägung, einen Vertrag mit Leroy Sané abzuschließen. Demnach sollten sowohl Arsenal als auch Newcastle United die Situation des 28-jährigen Flügelspielers sehr genau beobachten. Sanés Vertrag läuft jedoch am Ende dieser Saison aus und daher könnte der Spieler innerhalb weniger Monate ohne Ablöse auf den Markt kommen, falls keine Einigung mit dem deutschen Rekordmeister erzielt wird. Laut Sportbild möchte Bayern dieses Szenario vermeiden. Es wird berichtet, dass Sportdirektor Max Eberl nach der Länderspielpause geplante Gespräche mit der Berateragentur Elf Wins führen wird, die unter anderem Bayern-Jungstar Jamal Musiala vertritt. Was denken Sie darüber? Glauben Sie, dass Leroy Sané seinen Vertrag verlängern wird? Brian Zaragoza konnte in seinen ersten sechs Monaten bei Bayern nicht überzeugen. Daher wurde er im Sommer an seine Heimat Spanien verliehen. Um sich in München beweisen zu können, muss er dort Spielpraxis sammeln. Brian Zaragoza kam bereits letzten Winter frühzeitig zu FC Bayern. Unter Thomas Tuchel erhielt der junge Spanier jedoch keine echte Gelegenheit, seine Qualitäten zu zeigen. Daher muss er weiterhin im heimischen Liga-Alltag Spielpraxis sammeln, um sich für höhere Aufgaben bei den deutschen Rekordmeistern zu empfehlen. Bisher verläuft der Plan völlig nach Plan. Er konnte eine Vorlage geben. Die Verantwortlichen hatten bereits erklärt, dass der Flügelspieler, als er 2023 verpflichtet wurde, das Potenzial hat, Bayern München mit seiner Leistung zu helfen. Laut dem spanischen Portal Ficayes schließt Bayern die Möglichkeit aus, Zaragoza nach dem Ende der kommenden Saison zu verkaufen. Daher glauben sie, dass der 23-jährige Spieler das Potenzial hat, auf der Säbener Straße einen Durchbruch zu schaffen. Anscheinend verfolgen sie in der bayerischen Hauptstadt langfristige Pläne für ihn. Zaragoza sollte irgendwann in die Fußstapfen der aktuellen Flügelspieler treten.